Der wunderbare Christian Berkel ist heute unser Gast. Außerdem ein Mann, der Unmögliches gewagt hat. Eine neue Partei gegründet, Alternative für Deutschland, Professor Bernd Lucke. Fallschirme sind nicht so sein Thema, sondern eher Rettungsschirme, die aus Brüssel, diese großen, teuren, an denen angeblich alles gut und sicher hängt. Der Euro und die Rente und auch das Gartenhäuschen von Tante Jutta. Und trotzdem, glaubt er, werden all diese schönen Rettungsschirme nicht verhindern, dass wir irgendwann mal hart aufschlagen. Er, das ist eine Koryphäe der Volkswirtschaftslehre, ausgerechnet er warnt jetzt so deutlich wie noch keiner zuvor, der Euro war ein Fehler und Deutschland muss da raus. Herzlich willkommen dem Mitbegründer der Alternative für Deutschland, Professor Bernd Lucke. Schön, dass Sie bei uns sind. Wie finden Sie eigentlich die neue Partei, bevor ich Herrn Lucke gleich selber frage? Die AfD, Alternative für Deutschland, um es jetzt mal ganz verkürzt zu sagen, er fordert nichts weniger als die Abschaffung des Euro. Was sagen Sie? Ich finde das furchtbar, ich finde das furchtbar. Aber diese neue Gruppierung hat zumindest in der Diagnose durchaus meine Sympathie. Ich bin auch in vielen Punkten einig mit dem, was aus dieser Gruppe kommt. Wenn es um den Euro, um Euro, Rettung und Ähnliches geht. Aber die Therapie halte ich für verfehlt. Und ich habe meine eigene Therapie oder meine eigenen Ideen dazu. Und das ist so halt bei mir. Ich bin davon überzeugt, dass ich recht habe. Das Dumme ist nur, ich bekomme nicht recht. Aber wer weiß, vielleicht doch. Das haben wir gemeinsam, nicht wahr? Ja, absolut. Gilt der schöne Satz von Werner Schneider. Ich glaube fest an meine Überzeugungen, ich habe auch keine anderen. Ja, da bin ich Werner Schneider. Herr Lucke, was hat Sie dazu bewogen, eine eigene Partei zu gründen? Das ist doch Wahnsinn. In Zeiten, in denen eigentlich alles so schön etabliert und klar ist, jetzt aus der Ecke zu kommen und zu sagen, das tue ich mir jetzt mal richtig an. Nach vielen Jahrzehnten in der CDU, Sie waren jemand, der sich sehr um das Wohl auch dieses Landes oder immer noch verdient macht, als einer, der in Sachen Volkswirtschaft immer wieder an den entscheidenden Stellen eingreift und sagt, so oder so könnte man es machen, der auch diesen Euro und diesen Euro-Kurs mitgetragen hat und der jetzt plötzlich zur Überzeugung gelangt, so geht es nicht weiter. Ist das richtig zusammengefasst? Das ist ganz richtig zusammengefasst. Das heißt, Sie haben die Faxen dicke. Ein bisschen haben Sie übertrieben bezüglich meiner Person, aber das sehe ich Ihnen nach. Ja. Was richtig ist, ist, dass es ein bisschen wahnsinnig klingt, eine neue Partei zu gründen, denn es ist ein Haufen an Arbeit und auch zum Teil Ungemacht, der damit verbunden ist. Auf der anderen Seite ist es so, dass es auch eine gewisse Befriedigung verschafft, weil man eben plötzlich den Eindruck hat, dass man was in Bewegung setzen kann, was den eigenen Überzeugungen entspricht. So, bevor wir gleich darüber sprechen, was das ist, wie viele Seiten hat Ihr Wahlprogramm? Unser Wahlprogramm hat, glaube ich, drei Seiten, wenn Sie es in Times New Roman 12 Punkt setzen. Ist das nicht ein bisschen viel, drei Seiten Wahlprogramm? Ähm, wissen Sie, für Wahlprogramme ist es relativ ausführlich, würde ich sagen. Die meisten Wähler lesen keine langen Wahlprogramme. Wir sprechen hier nicht über ein Parteiprogramm, sondern wir sprechen über das, was man den Menschen zur Wahl sagt. Und da ist normalerweise die Bereitschaft, lange Texte zu lesen, relativ gering ausgeprägt. Das heißt, Sie passen sich da schon mal sozusagen dem Massengeschmack an, keine Lust auf lange Texte. Was versprechen Sie denen? Auch wir versprechen denen gar nichts eigentlich. Wir versuchen so ein bisschen zu schildern, wer wir sind und für welche Überzeugungen wir stehen und welche Probleme in Deutschland wir für besonders wichtig halten. Denn wir sind ja nur eine ganz junge Partei und wir können nicht gleich über alles reden und auch nicht den Eindruck erwecken, dass wir alles besser wissen, als es die Politiker tun. Deshalb haben wir uns die Punkte herausgegriffen, die uns besonders wichtig erscheinen. Also im Grunde sowas wie die Piraten. Sie haben keine Ahnung von nichts. Überhaupt nicht wie die Piraten, sondern wir haben von bestimmten Dingen eben Ahnung. Und das glauben wir jedenfalls. Und diese Punkte haben wir in unser Parteiprogramm aufgenommen. Und zentral sind da dann die Forderungen nach der Auflösung des Eurogebietes, die Forderungen nach dem Stopp der Transferzahlung, der Rettungsschirmpolitik, dieser Milliardenbürgschaften, die wir zugunsten der südeuropäischen Staaten machen, und die Forderungen nach mehr direkter Demokratie in Deutschland, so wie es in anderen Staaten auch. Aber es bleibt bei Ihnen eigentlich nur ein Satz raus aus dem Euro. Und den haben wir nicht gesagt. Ja, aber das bleibt in der Öffentlichkeit. Da haben Sie was falsch gemacht in der Öffentlichkeitsarbeit. Ja, aber jetzt stopp, lasst uns das einmal direkt klären. Also, Sie wollen gar nicht aus dem Euro raus? Haben wir das alles falsch verstanden? Nein, wir wollen nicht, dass Deutschland über Nacht aus dem Euro austritt. Ja, was haben wir denn da? Dann lassen Sie mich doch erst mal reden. Lassen Sie mich doch erst mal reden. Was wir wollen, ist, dass die südeuropäischen Staaten aus dem Euro ausscheiden. Und das ist ein Prozess, der dauert eine gewisse Zeit. Also wir wollen das schon geordnet und kontrolliert machen. Und damit das Eurogebiet erst mal verkleinern. Das heißt, Sie sagen den anderen, wir feiern hier eine Party und ihr seid nicht mehr dabei? Nee, das sagen wir nicht. Denn es ist nicht wirklich eine Party, die wir hier feiern. Denn zurzeit ist es ja doch so, dass wir unter erheblichen Lasten leiden, weil wir diese enormen Rettungsschirme finanzieren. Und weil gleichzeitig in Deutschland vieles schief läuft. Anderer Punkt aus unserem Wahlprogramm ist zum Beispiel der, die Altersversorgung, die Altersvorsorge steht nicht mehr auf sicheren Füßen, weil die Leute, die gespart haben für ihr Alter, inzwischen keine Zinsen mehr kriegen für ihre Ersparnis. Oder fast keine Zinsen. Weil die Inflationsrate größer ist als das, was man Zinsen kriegt. Auch das hängt ja alles mit der aktuellen Geldpolitik zusammen und nach ihrer Überzeugung eben auch mit diesem Wahnsinn des Euro zusammen. Also wie soll es denn jetzt gehen? Sie sagen, wir müssen auf lange Sicht da raus. Die Südländer müssen auch da raus. Südländer heißt in dem Fall Griechenland, Portugal, Spanien, Italien. Zypern, Slovenien. Wer muss noch raus? Ja, alle, die Sie genannt haben, Zypern, Griechenland, Portugal, Italien, Spanien. Das sind die Staaten, die ich als Südländer bezeichne, die die größten Probleme haben und die sehr, sehr stark zurzeit unter dem Euro leiden. Die enorme Raten an Arbeitslosigkeit haben. In Spanien sind sechs Millionen Leute arbeitslos. Neuer Rekordstand, nicht wahr? Es ist fast 30 Prozent der Bevölkerung, der arbeitslos ist. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt jenseits von 50 Prozent. Also es sind katastrophale Verhältnisse in diesen Staaten. Und da kann man nicht sagen, das hat nichts mit dem Euro zu tun. Denn diese schlimme Entwicklung dort, die ist eingetreten vor ungefähr acht Jahren. Da hat es begonnen, nicht wahr? Und seitdem hat sich die Situation ständig verschlechtert. Und es wird nicht besser. Es wird auch noch drei Jahre in Euro-Rettungspolitik nicht besser, sondern es wird immer schlimmer. Weil die verkürzt gesagt sozusagen über ihre Verhältnisse gelebt haben. Herr Luglein, diese schlechten Verhältnisse, zum Beispiel in Spanien. Ich lebe in Spanien und ich weiß so ein bisschen oder glaube zu wissen, warum die Situation da unten so ist. Nach meiner Ansicht hat die eigentlich nichts zu tun mit dem Euro. In erster Linie mit anderen Verhältnissen in Spanien, mit dem Arbeitsmarkt, mit dem Tarifrecht und 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 mit Korruption. Das heißt also, warum sollen die raus aus dem Euro? Die könnten, wenn sie ihre Probleme richtig anpacken, auch innerhalb des Euro überleben. Und ich nehme auch fest an, dass sie innerhalb des Euro weitermachen werden. Hoffentlich anders als vorher. Aber diese absolute Meinung von Ihnen, die müssen raus. Eben haben Sie gesagt, wir müssen raus. Auf lange Sicht. Deswegen weiß ich nicht, sollen alle raus? Dann können wir die ganze Veranstaltung abblasen und sagen, den Euro setzen wir einfach ab. Und wem ist damit geholfen? Was wird dann passieren? Wo wird dann gerettet? Also Sie haben mir jetzt zwei Fragen gestellt. Und vielleicht kann ich ganz kurz nochmal erklären, weil Sie mich da eben vorhin unterbrochen hatten. Ich habe nicht gesagt, dass wir auf lange Zeit raus müssen, sondern ich habe gesagt, wir müssen das Eurogebiet verkleinern und möglicherweise letztlich völlig auflösen, sodass im letzten Schritt das, was in Deutschland Euro heißt, auch in D-Mark umgetauft werden kann. Das wäre sozusagen das Ende dieses Prozesses. Und deshalb sagen wir, die Wiedereinführung der D-Mark darf auch kein Tabu sein. Aber jetzt zu Spanien. Sehen Sie, diese ganzen Probleme, die Sie in Spanien genannt haben, die gibt es in Spanien und in ähnlicher Form gibt es die auch in anderen südeuropäischen Staaten. Was Sie jetzt gesagt haben, ist ja, sollen die doch diese ganzen Probleme einmal lösen. Aber das ist so die typische Haltung, die wir auch bei der deutschen Bundesregierung erleben und von der man vielleicht so zusammenfassen kann, dass man sagen kann, die Deutschen wollen einfach, dass die Spanier deutscher werden. Dass die Spanier sich so verhalten, wie es die Deutschen eben tun und fleißig und ehrgeizig und ehrlich und korruptionsfrei und so weiter sind. Aber das sind natürlich Dinge, das ist natürlich eine etwas anmaßende Haltung. Ich glaube, wir müssen auch mal akzeptieren, dass andere Völker anders sind und dass diese Völker, obwohl sie anders waren, bevor der Euro da gewesen ist, sehr gut eigentlich gewirtschaftet haben und nicht diese Probleme gehabt haben, die wir sie heute haben. Also da können Sie ja nun nicht sagen, dass sich strukturell an Spanien sehr viel verändert hat, sagen wir mal zwischen 1995 und 2013. Alles das, was Sie genannt haben, Korruption beispielsweise und ein unflexibler Arbeitsmarkt, das gab es ja auch zuvor bereits. Richtig, ja. Da ging es aber Spanien nicht so schlecht, wie es Spanien heute schlecht geht. Das heißt, es ist doch offenbar etwas hinzugekommen, was die Lage viel schlimmer gemacht hat. Und der Punkt ist eben, dass... Herr Lucke, Sie lassen ja jetzt einen ganz entscheidenden Teil der Geschichte weg. Nein, nein, ich bin gerade bei, die Geschichte zu erzählen. Nein, 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 aber Sie erzählen, Sie sind dann bitte auch vollständig. Also als der Euro eingeführt wurde, ging es in Italien erstmal richtig bergauf, weil man von dieser starken Währung profitiert hat. Es ging in Spanien bergauf, es gab eine Immobilienblase, einen Immobilienboom, wie es niemals zuvor in der Geschichte Spaniens gegeben hat, der dann zugegebenermaßen geplatzt ist. Es ist in Frankreich bergauf gegangen. Wir alle haben, speziell Deutschland, doch massiv davon profitiert, dass die plötzlich in der Lage waren, teure deutsche Maschinen zu einem ganz anderen Kurs zu kaufen und nicht mehr mit der schwachen Lira ankommen mussten, säckeweise, tütenweise und sagen mussten, hätten wir gerne eine Maschine von euch, macht 100 Millionen Lira, sondern das konnte man plötzlich für 100.000 Euro erwerben. Davon haben doch alle profitiert. Und jetzt sind wir drin in dieser Geschichte und die Frage ist... Das Immobilienproblem ist ja auch kein Europroblem. Das ist auch kein Europroblem. Doch, das Immobilienproblem ist sehr stark ein Europroblem, denn diese Immobilienpreisblase ist nur dadurch möglich geworden, dass die Zinsen in den südeuropäischen Staaten so stark gesunken sind. Deshalb haben sich die Leute plötzlich verschuldet und haben enorme Investitionen in Immobilien getätigt. Das war in Spanien zum Beispiel schon lange vorher üblich. Nein, die Zinsen waren in Spanien vor der Euroeinführung viel höher, als sie es nach der Euroeinführung gewesen sind. Sie sind erheblich gesunken, bis praktisch auf deutsches Niveau und dadurch ist dieser Immobilienpreisboom überhaupt erst zustande gekommen. Das heißt, die Immobilienkrise ist ganz klar verursacht worden durch die Einführung des Euro. Aber wie auch immer es jetzt ist, wir sind jetzt alle gemeinsam in diesem Boot. Da steht Euro drauf und die Frage ist, warum sollen die jetzt aussteigen und vor allen Dingen, wie soll das gehen? Die sollen deshalb ausscheiden, weil sie zurzeit enorm darunter leiden. Es soll nach meiner Vorstellung so laufen, dass man zunächst mal parallel zum Euro eine zweite Währung einführt. Diese zweite Währung, die setzt man einfach nur im bargeldlosen Zahlungsverkehr ein. Bleiben Sie mal bei Italien. Also Italien würde jetzt die Lira wieder einführen. Italien würde beispielsweise die Lira wieder einführen. Der Euro würde für alles, was Barzahlungen betrifft, weiter in Kraft sein. Wäre das einzige legale Zahlungsmittel. Es gäbe nach wie vor nur Euro-Banknoten und Münzen. Das heißt, ich zahle meine Pizza abends. Lassen Sie mich doch zu Ende hin. Entschuldigung, nein, stopp. Also der Italiener geht jetzt abends weg. Der bezahlt seine Pizza weiterhin in Euro. Es kommt am nächsten Tag der Anstreicher und sagt, so wie es in Italien üblich ist, selbstverständlich alles auf Rechnung. Welche Adresse darf ich da eintragen? Und dann wird diese Rechnung mit Mehrwertsteuer ganz normal, so wie immer üblich in Italien, dann ganz normal in der neuen Währung, nämlich in Lira, überwiesen. Das heißt, der Staat partizipiert dann ja an dieser Rechnung in Form von Mehrwertsteuer und allem, was da so dazugehört. Lohnsteuer, alles, was da draufkommt. Das ist aber jetzt ja günstiger, weil doch nur so, wenn wir diese Währung abwerten, kommen diese Länder nach ihrer Theorie wieder auf die Beine. Das ist ja der Clou an der Sache. Das ist der Clou an der Sache. Aber jetzt haben Sie doch ein Problem, weil diese gigantischen Schuldenberge, über die wir gerade sprechen, die stehen da und die stehen da in Euro, nicht in Lira. Das heißt, die müssen das alles in Euro wieder zurückbezahlen mit einer Währung, die immer weniger wert ist. Wie soll das gehen? Das geht dadurch, dass die Wirtschaft angekurbelt wird durch diese Abwertung. Denn dann, wenn die Wirtschaft wieder floriert, lassen Sie mich doch kurz zu Ende reden. Wenn die Wirtschaft floriert, dann entstehen ja auch höhere Steuereinnahmen für den Staat. Wenn der Staat höhere Steuereinnahmen hat, dann kann er sie in Schuldendienst besser leisten. Das heißt, die Schuldentragfähigkeit ist sehr stark abhängig davon, wie gut es der Wirtschaft geht. Zurzeit geht es der Wirtschaft miserabel in den ganzen europäischen Staaten. Deshalb muss man da was machen. Deshalb muss man der Wirtschaft Gelegenheit geben, sich zu entfalten. Können wir alle nachvollziehen an dem Punkt. Trotzdem ist die Frage, wie lange soll das denn gehen? Also wie lange wird das denn dauern, bis die so viel Lira verdient haben, dass sie diese ganzen Euro-Schuldenberge wieder abtragen können? Wie lange? Ich bin schon bei Ihnen, also nicht in Bezug auf Italien, muss ich sagen, aber in Bezug auf Griechenland bin ich völlig bei Ihnen. Die Griechen werden es selbst dann, wenn sie aus dem Euro ausscheiden, nicht schaffen, die gesamten Schulden zurückzuzahlen. Die brauchen dringend einen Schuldenschnitt. Ich glaube, da sind wir auch völlig einer. Die sind völlig einer Meinung. Ich habe auch nicht gesagt, dass die Auflösung des Euro-Währungsgebietes das Einzige ist, was wir tun sollen. Wir müssen eine Entschuldung der südeuropäischen Staaten machen, derjenigen südeuropäischen Staaten machen, die die Schulden einfach nicht mehr tragen können. Das zählt ganz eindeutig Griechenland. Aber das machen wir doch ohnehin schon. Also können wir doch alles so lassen, wie es ist. Nein, das machen wir nicht. Wir schicken denen weiter Euro und lassen ein paar Schulden weg. Nein, Entschuldigung, wir machen das nicht. Einmal in Griechenland. Einmal in Griechenland. Aber das muss weitergehen. In der Tat müssen die Banken... Aber das ist doch genau das, was passiert. Die Banken müssen zum Teil auf ihre Euro-Guthaben oder Euro-Forderungen verzichten. Das geht ja jetzt nicht mehr. Inzwischen hat ja der Staat die gesamten Bürgschaften übernommen. Also jetzt kostet es den Steuerzahler richtig Geld, was wir dort gemacht haben. Wir haben das in drei Jahren geschafft, die gesamten privaten Verpflichtungen Griechenlands, also die gesamten Verpflichtungen gegenüber privaten Gläubigern, auf die öffentliche Hand zu übertragen. Und jetzt kostet es den Steuerzahler Geld. Und das kritisieren wir. Wir haben die Schulden sozusagen sozialisiert. Wir haben die übernommen, genau. Und haben die Gewinne privatisiert. Aber das ist ja ein altes Mantra, das sagt ja sogar die Linke. Da sind sie sich ja alle völlig... Ja, aber Herr Schäuble sagt das nur immer nicht laut. Ja gut, aber das ist jetzt Wahlkampf, was Sie da machen. Trotzdem die Frage, Sie haben mir die Frage nicht beantwortet. Wie lange soll das dauern? Also wie lange soll Griechenland sozusagen wieder in Drachme ganz normal bezahlen für den Handwerker, für den Automechaniker, für wen auch immer, bis die dann in der Lage sind, ihre Schulden zurückzubezahlen? Wie lange soll das gehen? Nein, Sie müssen die Frage andersrum stellen. Sie müssen fragen, wann wirklich so war es sein? Nein, ich stelle die Frage so, wie ich das jetzt gerne hätte. Ja, aber so macht es keinen Sinn. Doch, doch. Nein, es macht keinen Sinn so. Doch, Herr Lucke. Die Frage ist, wie lange wird es dauern, bis die Griechen vollständig in Drachme bezahlen werden? Und das wird ungefähr vielleicht vier oder fünf Jahre dauern können. Nein, nein, nein. Und in der ganzen Zeit werden die Schuldendienst leisten müssen. Sie können nicht sagen, dass irgendwann die Schulden vollständig zurückgezahlt worden sind. Das streckt sich über Jahrzehnte. Und es wird immer griechische Staatsschulden geben. Ganz egal, wie die Entwicklung läuft, ob wir in dem jetzigen Regime bleiben oder ob wir irgendetwas ändern an der Verschuldungssituation. Man zahlt ständig Schulden zurück. Man nimmt auch ständig neue Schulden auf. Das Wichtige ist nur, dass Griechenland wieder Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten bekommt. Ja, aber trotzdem ist doch die Frage, wie sollen die wieder auf die Beine kommen, wenn sie doch da auf der anderen Seite diese hohen Verbindlichkeiten haben. Und wir doch alle, auch als Sparer, als deutscher Staat, als deutsche Steuerzahler ein Interesse daran haben, dass dieses Geld irgendwann mal, bitteschön, wieder dann zu uns zurückgeht. Aber Herr Lanz, in dem Augenblick, in dem die griechische Wirtschaft wieder wächst, haben die Griechen auch wieder Luftschuldendienst zu leisten. Aber zurzeit schrumpft das die griechische Wirtschaft. Sie ist in drei Jahren um 20 Prozent geschrumpft. Und das geht einfach nicht so weiter. Sie wird weiter schrumpfen, auch im nächsten Jahr, wenn wir nicht etwas ändern in Griechenland, wenn wir den Griechen nicht auch die Möglichkeit geben, eine eigene Währung zu haben, mit der sie abwerten können, so wie die Türkei eine eigene Währung hat. Die boomt. Was glauben Sie, Ihre Prognose? Wird es den Euro in fünf Jahren so noch geben, wie wir ihn jetzt kennen? Nein, in fünf Jahren wird es den Euro nicht mehr in dieser Form geben. Das Währungsgebiet wird kleiner sein. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wer alles ausscheiden wird, aber mein Top-Kandidat ist natürlich Griechenland. Zypern wird wahrscheinlich auch nicht mehr dabei sein. Vielleicht werden auch Portugal und Spanien ausgeschieden sein. Fragen Sie mal eine Prognose, über wie viel Zeit reden wir? Zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre? Sie haben mich gerade nach fünf Jahren gefragt und ich sage Ihnen, in fünf Jahren ist Griechenland nicht mehr dabei. Okay, dann sehen wir uns in fünf Jahren an dieser Stelle wieder und unterhalten uns darüber, warum die dann doch noch drin sind. Ich finde in jedem Fall...